Commerz Real ist ein globaler Asset- und Investmentmanager der Commerz-Bank-Gruppe. Commerz Real managt Asset, wie Real Estate, Produktionen und Infrastruktur, mehr als 30 Billionen Euro. Hier ist die Geschichte, wie Commerz Real wählt AOE, um die Firma über ihren Weg zu bewegen, um Deutschland der erste Digital Asset Manager zu werden. Commerz Real ist ein großartiges Unternehmen. Unser Anspruch ist es, einer der größten Asset-Manager in Europa zu sein. Und dazu gehört jetzt halt vor allen Dingen die digitale Transformation an erster Stelle voranzutreiben. The step into a digital future was both a challenge and an opportunity for Commerz Real. Die Digitalisierung bedeutet für die Commerz Real insbesondere Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherung. Aber gerade in so Umfeldern, in denen wir uns jetzt auch befinden, wo wir Neuland beschreiten, das ist eigentlich ein ganz großes Experimentieren. Und die agile Methode sichert uns eben, gibt uns den Raum zu experimentieren. It quickly became clear that digitalization without agility is almost impossible to achieve. Da haben wir schnell gemerkt, dass man beispielsweise mit einer klassischen Wasserfallmethode an der Stelle nicht weiterkommt. Wir müssen das Unternehmen genau fit machen. Flexibel zu sein, darauf zu reagieren, den Kunden zu verstehen und schnelle Antworten zu liefern. Ein ganz wesentlicher Teil ist Agilität davon. Wir haben uns in dem Fall an eine AOE gewandt und haben dann auch ganz klar die Expertise zum Thema agile Methodik mit eingekauft. The goal of agile methods is a fast and flexible development in short cycles. Ich führe deswegen agile Methoden ein, um früher am Markt zu sein und eben auch häufiger eine Veränderung meines Produkts am Markt herbeizuführen. Ich kann viel schneller auf User-Feedback reagieren und ich kann eher das bauen, was der Nutzer eigentlich braucht und nicht das, was ich glaube, was der Nutzer am Ende braucht. Was ich dafür brauche, sind einmal Entwicklungsteams, die eben auch häufiger funktionierende Inkremente ausliefern können, also genau das, was Scrum hier im Prinzip mit an die Hand gibt. Und haben dann aber auch einfach den Sprung ins kalte Wasser gewagt und gesagt, wir probieren das jetzt aus, wir wollen das kennenlernen, das passt zu dem Projekt, so wie wir uns das vorstellen. Das passt zu dem Thema und sind mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Mit der Introduktion von agile Methoden und dem Verwendung von technologischen Technologien, wurden die erste schippbare Produkt-Inkrements in Rekord-Time implementiert. Eine kurze Time-to-Market ist eigentlich nur dann möglich, wenn ich auch die technologischen Rahmenbedingungen dafür schaffe, Applikationen auch wirklich betreiben zu können. Wir haben es aber geschafft aus einem Produkt, das wahrscheinlich zwei Jahre Entwicklung gebraucht hätte, einen MVP runterzuschneiden, der in wenigen Monaten realisiert wurde dann auch tatsächlich. Die Agile-Methodologien wurden mit öfteren Händen gelesen, von den Empfehlern von allen Bereichen. Und ich würde jetzt sogar sagen, nach 18 Monaten, das ist denen fast in Fleisch und Blut übergegangen. Die finden das selbstverständlich. Mir ist es jetzt schon häufig so gegangen, dass ich dachte, da hätten die doch mal fragen können, haben die aber einfach entschieden, weil sie sagen, wir können es eher am besten beurteilen und wir wollen schnell sein, wir wollen keine Zeit verlieren und deshalb machen wir das jetzt so. Die Ergebnisse haben die gesamte Commerz-Bank-Korporation beeinflusst. Das war für uns in der Commerzial-Mobilien-Leasing das erste agile Projekt mit dazu. Und da denke ich, da haben wir auf jeden Fall von der Lernkurve von AOE profitiert. Denken vom Kunden aus, Mehrwert für den Kunden bringen, das hat sich eigentlich diametral geändert. AOE hat uns auf eigentlich allen Ebenen dabei geholfen. Es ging ja erstmal um die Frage, wie denke ich so ein digitales Projekt überhaupt in neuen Zeiten? Wie arbeite ich wirklich agil? In der IT sind wir dadurch auch viel offener geworden hinsichtlich Veränderungen. Und ich glaube, genau das brauchen wir auch auf dem Weg zum digitalen Asset Manager. Die Welt heute lebt von den Veränderungen und dass wir die erfolgreich meistern. Ich bin persönlich super stolz. Ich finde es enorm, was wir für einen Weg zurückgelegt haben. Auch mit welchem Eifer und mit welcher Begeisterung alle dabei sind. Wir sind gerade letzte Woche als das Unternehmen mit der höchsten Digitalisierungskompetenz in der Immobilienbranche ausgezeichnet worden. Das ist sicherlich eines der erfolgreichsten Projekte der letzten drei Jahre im gesamten Commerz-Bank-Konzern. Und das sehen auch alle so. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020